Druck aufzubauen. Also dein Fonds ist zuletzt ja tatsächlich gestiegen. Das kann niemand seriös sagen. Das ist kein Fonds, der in jeder Phase nach oben jeden Gewinn mitmacht. Soll uns möglichst ohne Verluste durch einen Crash bringen. Um dann das Geld zu verdienen, wenn die anderen knietief im Blut stehen. Diese Strategie geht auf. Im Profisegment weiß man, was man tut. So eine Lieblingsaktie, die Wirecard, die haben wir auch im Fonds. Wir haben das Unternehmen bis ins letzte Teil überprüft. Bis in die letzte Fuss. Das ist sauber und da haben wir, das ist vollkommen unter. Im Profisegment weiß man, was man tut.